Tech ist top. Das war das Motto der vergangenen Wochen und Monaten an der Börse. Und die Frage, die da immer wieder gestellt wird, wie lange werden die glorreichen Sieben die Märkte noch nach oben ziehen? Und wann kommt die Marktbreite zurück? Wann kommen Small und Microcaps zurück? Das ist Thema unseres Interviews mit Fondsmanager Michael Kulender. Er ist Vorstand der Salutaris Capital Management AG. Danke, dass Sie wieder zu uns aufs Parkett der Börse Frankfurt gekommen sind. Und immerhin ist der Abwärtstrend bei Small und Midcaps und Microcaps weitgehend gestoppt. Die Frage ist nur, ist die Trendwende hin von den Großen zu den Kleinen jetzt damit eingeläutet worden? Ich glaube gar nicht mal, dass es eine Trendwende geben wird, sondern bisher sind die ganz großen Gesellschaften, Sie haben die glorreichen Sieben angesprochen oder alternativ im Eurostox Granola oder wenn man in Deutschland auf den DAX schaut, haben auch fünf Unternehmen im Wesentlichen den Anstieg des DAX getragen. Ich glaube, dass wir in den nächsten Monaten eine deutlich größere Marktbreite kriegen können. Und eine Kollegin hat gestern erst veröffentlicht, dass Smallcaps auf dem niedrigsten Niveau ihrer Geschichte sind. Also was Bewertungstechnik angeht. Und die Frage ist auch immer, was ist ein Smallcap? Ich persönlich definiere Smallcaps in Deutschland mit einer Marktkapitalisierung bis 500 Millionen. Darüber hinausgehend ist das aus meiner Tendenz schon ein Midcap. Und ab zwei Milliarden aufwärts ist das möglicherweise schon ein Bigcap. Aber letztendlich ist es auch egal, wie man es definiert. Je geringer die Marketcap, desto geringer ist die Coverage durch Analysten und desto größer sind die Chancen, da echte Perlen zu fischen. Unterm Radar fliegen die in der Regel. Und da gibt es halt viele Unternehmen, die dieses Jahr für 23 neue Rekordergebnisse bringen. Und das ist teilweise gar nicht erwartet worden. Wir hatten jetzt in den letzten 14 Tagen zum Beispiel die Berichterstattung bei einem Spezialchemiewert, bei dem wir auch engagiert sind. Und die haben im Gegensatz zur ganzen Branche, die ja eher in 23 gelitten hat, neue Ertragsrekorde gebracht, weil sie sich auf die Nische konzentrieren und in der Nische immer mehr Geld verdienen, so will ich das mal formulieren. Und die kommen jetzt mit einer kräftigen Dividendenerhöhung und mit einer sehr positiven Kursreaktion. Also die der Rahmenbedingungen scheinen zu stimmen? Die sind meiner Ansicht nach völlig in Ordnung. Die Probleme liegen eher in der Wahrnehmung, in der Coverage und im Engagement des einzelnen Unternehmenslenkers. Da will ich einhaken, denn man sagt ja immer so schön, Klappern gehört zum Geschäft und die Großen klappern ganz gut. Die klappern jeden Tag. Jeden Tag, die Medien helfen ja dabei auch. Aber müssten Small- und Mid-Kraps, Micro-Kraps ein bisschen mehr klappern, damit man mehr auf die positiven Kenndaten schaut? Die müssen überhaupt mal anfangen zu klappern. Das ist genau das Problem. Viele Vorstände erkennen das zwar, aber sagen, ich werde dafür bezahlt, Gewinne zu machen oder mein Unternehmen vernünftig zu managen und nicht wie ein Marktschreier durch die Gegend zu ziehen. Wobei, es gibt da ganz erhebliche Unterschiede. Also ich kenne einige Unternehmensvorstände, insbesondere Unternehmensvorstände, die selber nicht unerheblich am Aktienkapital ihrer Gesellschaft beteiligt sind, die ganz intensive Öffentlichkeitsarbeit im Sinne der Aktionäre betreiben, die häufig auf Kapitalmarktkonferenzen sind, die aktiv auf Aktionäre zugehen. Und das tun leider Gottes viel zu wenige. Und dadurch kommen zum Teil auch diese extremen Unterschiede zustande. Im Moment, und das ist wiederum die Situation, je kleiner, desto krasser. Also ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Es gibt ein Unternehmen, die machen eine halbe Milliarde Umsatz. Die haben aktuell eine Market Cap von 33 Millionen. Also insofern, das ist schlichtweg lächerlich, weil deren 23er Ergebnis lag nach EBITDA bei 20 Millionen. Das heißt, sie sind mal gerade mit anderthalb EBITDA bewertet. Das ist absolut verrückt. Konzentrieren Sie sich jetzt auf solche Perlen oder noch größer gefragt, worauf konzentrieren Sie sich insgesamt im Frühjahr? Ich konzentriere mich im Frühjahr 2024 auf etwas, was die letzten zwei Jahre völlig out war. Nämlich Dinge, die sich als nachhaltige Unternehmen präsentiert haben. Also heißt, die nicht nur sagen, ich betreibe Greenwashing oder sowas, sondern denen das ein Herzensanliegen ist. Und da vor allen Dingen Thema Energieinfrastruktur, weil das ist der Schlüssel für unsere künftige Weiterentwicklung, was die Themen Energiewende angeht. Also Unternehmen, die sich mit Gasleitungsbau beschäftigen, die haben unter anderem die LNG-Terminals in Brunsbüttel und in einem anderen Hafen angeschlossen. Und zwar in Weltrekordzeit. Ein australischer Großinvestor hat das im Spiegel so kommentiert. Ich weiß gar nicht, warum ihr Deutschen euer Licht immer so unter den Scheffel schellt. Ihr halte schließlich den Weltrekord im Anschließen eines LNG-Terminals. Nämlich innerhalb von vier Monaten vom Baubeginn bis zur Inbetriebnahme. Dem Unternehmen ist es aber nicht gedankt worden. Der Vorstandsvorsitzende sagte zu mir, ach wissen Sie, da haben wir unser Unternehmen überdehnt. Heißt im Klartext, Sie mussten von dritter Seite Leistung einkaufen, die entsprechend teuer war. Und das hat Ihnen das Q4-Ergebnis 2022 verhagelt. Mit dem Ergebnis, dass diese Gesellschaft innerhalb eines Tages, als das Q4-Ergebnis veröffentlicht wurde, sich im Kurs halbiert hat. Wir müssen schon wieder zum Ende kommen. Aber ich habe noch eine letzte Frage. Denn Sie haben mir im Vorgespräch verraten, Small Caps, Mid Caps, Micro Caps. Da gibt es ja noch was, nämlich die Nano Caps. Also die ganz kleinen. Sicherlich vielleicht sogar mal ein Thema für ein eigenes Gespräch. Aber hier vielleicht schon mal als kleine Ankündigung. Was zeichnet denn Nano Caps aus? Also Nano Caps sind im wahrsten Sinne des Wortes Nano. Das sind nämlich Unternehmen nach unserer Definition, deren Marktkapitalisierung unter 50 Millionen Euro liegt. Und da gibt es erstaunlicherweise absolute Perlen darunter. Also da gibt es ein Unternehmen, das notiert aktuell bei der Hälfte unter Cash. Also wir reden jetzt nicht von Gewinn und so weiter, sondern die haben zig Millionen auf dem Konto liegen und die gesamte Marktkapitalisierung liegt bei der Hälfte. Also No-Brenner kann man auf Neudeutsch sagen. Und das ist für mich die gleiche Situation, wie wir sie in der Spätphase der Weltfinanzkrise hatten. Also wo Unternehmen, speziell im ersten Halbjahr 2009, wo die Finanzkrise eigentlich schon vorbei war, aber wo der Markt immer noch das Gefühl hatte, oh Gott, oh Gott. Und dass da Sachen passiert sind, wo Unternehmen so weit im Kurs gedrückt worden sind. Aber das ist auch ein Thema, das ist so anekdotisch, wenn es nicht die Wahrheit wäre. Also heißt im Klartext, mich begrüßt der Finanzvorstand mit den Worten, Herr Kollender, was wollen Sie überhaupt hier? Ich habe doch gar keine Story und aktuell schreibe ich rote Zahlen. Ich sage, das weiß ich alles, nur Ihr aktueller Aktienkurs liegt unter dem, was Sie an Geld auf dem Bankkonten liegen haben. Ich kriege das ganze Unternehmen umsonst. Und das ist die Story dahinter und das macht Lust auf mehr. Und vielleicht sollten wir uns wirklich beim nächsten Mal darauf konzentrieren, Herr Kollender. Wie immer ganz, ganz herzlichen Dank für diese facettenreiche Schilderung Ihres Segments und viel Erfolg für das Jahr 2020. Ich danke Ihnen. Also ich denke, das Jahr 2020 wird ausgesprochen spannend, obwohl es für Small- und Micro-Caps noch nicht überzeugend angefangen hat. Aber derzeit sprießen quasi die Frühlingsdinge. Draußen wie drinnen. So ist es. Herzlichen Dank. Danke.